Buongiorno amici di World of Warships e benvenuto a mio nuovo video. Giorni fa Wargaming a lanciato una nuova classe, navale. I distrutori italiani, um bevor wir hier Zuschauer verlieren, weil ihr glaubt, wir sind auf dem falschen Kanal und mein italienisch mega eingerostet ist und quasi nur noch in den minimal kurzen Urlauben, die ich mir gönne, ausgepackt wird, um ein paar Benefits rauszuschlagen, um sich mit der einheimischen Bevölkerung ein bisschen besser unterhalten zu können. Herzlich willkommen zu den italienischen Zerstörern. Und bevor ihr euch wundert, nein, wir gehen jetzt nicht alle Zerstörer von Stufe 2 bis Stufe 10 durch, das kann man dann später einmal machen mit einem bisschen geschichtlichen Hintergrund, wenn Wargaming sie uns in den Hafen stellt, damit wir sie uns ein bisschen anschauen können, oder zumindest das Model, werden hier gemeinsam die Art und Weise der Integration der italienischen Zerstörer besprechen, das Modell, was dahinter steckt und wie Wargaming sich das gedacht hat. Das bedeutet, die Abilities, die Grundidee dahinter und diskutieren, ob sie gut oder ob sie schlecht ist. Und mit wir diskutieren meine ich natürlich, ich diskutiere das mit mir selbst, die Pro und Kontras, und stelle sie euch dann gleichzeitig vor. Einmal kurz zu Beginn, ja, Wargaming hat versucht, viele der italienischen Zerstörer so ins Spiel zu bringen, wie sie auch die Regia Marina gehabt hat. Von Stufe 2 bis Stufe 7 sind sie nicht immer 100% historisch akkurat, aber das ist auch nicht so tragisch, aber zumindest die Klassen sind vorhanden. Stufe 7 müsste der letzte sein, Stufe 10 ist der nächste dann darauf. Stufe 8, Vittorio Cuniberti gibt Wargaming an, als eine Evolution der Maestrale-Klasse mit einer stärkeren Artillerie und einem Torpedo-Bewaffnung. Naja, das ist vielleicht nicht ganz geschichtlich korrekt, weil das sieht aus, wie jetzt wäre das Schiff einfach fast zweimal so lang. Und optisch hat sie sich auch verändert, von der Positionierung der Hauptartillerie einmal ganz zu schweigen. Ist eher wie eine Revolution der Maestrale-Klasse von Stufe 5. Tatsächlich gibt es eine Projektierung, glaube ich, in den 40er Jahren für die Maestrale mit, ja, mehr Kanonen. Aber gut, da ist eine andere Geschichte, das auch nicht so will. Und die Adriatico ist kein italienisches Schiff, ist auch kein italienisches Projekt. Ist eigentlich eine 1 zu 1 Kopie, zumindest momentan sieht das optisch so aus. Das werden wir uns dann, wie gesagt, noch einmal anschauen, wenn es als 3D-Modell im Hafen steht, der Taschkent, dem Großkampfzerstörer, der in Italien für Russland gebaut worden ist und dann überführt worden ist. Stufe 10, damit beschäftigen wir uns und blicken durch Stufe 10 zurück auf die gesamte Linie, wobei erst ab Stufe 8 alle Charakteristika herausgefahren werden für die italienische Linie, die dann schlussendlich auch so bleiben. Stufe 10, die Capitani-Romani-Klasse, die wir im Spiel schon haben, nämlich als Paolo Emilio in einer leicht abgeänderten Variante, wird dann die Attilio Regolo eingeführt auf Stufe 10. Wie ich vorhin gesagt habe, ab Stufe 8 haben wir dann alle Eigenschaften der italienischen Zerstörer. Da haben wir nämlich nicht nur den Exhaust-Smog, also diesen Wander-Smog bei Maximalgeschwindigkeit, sondern wir haben auch ein Consumer-Bild, das uns plus 25% Speedboost für 25 Sekunden, zum Beispiel auf Stufe 10, verschafft, was natürlich dann auch die Spielweise beschreibt, wie diese Dinge hier gefahren werden könnten. Kurzgeschichtlicher Einwurf zur Capitani-Romani-Klasse. Es wird nicht gestritten, aber es ist je nach Klassifikation und Einsatzbereich fragwürdig, dass es überhaupt ein Zerstörer war. Man sagt Großkampfzerstörer bei den Italienern dazu, aber eigentlich von der Klassifizierung könnte er schon mit seinen 135-mm-Kanonen ein leichter Kreuzer sein. Ist auch, was die Tonnage betrifft, ein ziemliches, ja, ein ziemlicher proper, 3.500 Tonnen Normalgewicht, Standard, und bis zu 5.500 Tonnen dann im Einsatz. Wurde er eigentlich von Italienern dafür gedacht, die Mogador- und Lefantaz-Klasse der Franzosen zu bekämpfen, weswegen er auch sehr, sehr schnell ist, weil auch die sehr, sehr schnell sind. Da die Franzosen 1940 dann schon besiegt waren und die italienischen Zerstörer gegen die britische Royal Navy antreten mussten, zeigte sich dann relativ zackig, dass Schiffspanserung, Investition und Effizienz in keinem Verhältnis zueinander standen, weswegen dann vier Schiffe, also gar nicht gebaut worden sind, drei wurden nicht in Dienst gestellt und so weiter. Ihr seht schon, ein leichter Zerstörer, der seinen Einsatzzweck nicht erfüllen könnte, aber vielleicht Involve of War Schiff sonst einen besseren Dienst, zumindest, einen Versuch, einen besseren Dienst zu leisten von Wargaming, involviert ins Spiel gebracht worden ist, zur Sprache gebracht worden ist, denn wir bekommen nicht das Schiff, wie wir hier bei der Paolo Emilio haben, hier haben wir fast 10 Sekunden Nachladezeit bei 13,5 Kilometer Reichweite, sowas in diese Richtung, 6 Kilometer Torpedo, ist ein sehr, sehr schnelles Schiff, aber kommen wir zur Stufe 10 und besprechen von da rückwirkend die normale Linie. Denn wir haben hier ein Schiff mit 26.800 Trefferpunkten, das ist 3.000 mehr als die Paolo Emilio, 19er Panzerung quasi Standard bei den DDs, momentan nicht bekannt, ob die eine bessere Panzerung um den Bauch haben, wie zum Beispiel die deutschen neuen Zerstörer oder die neueren oder eine Kaborovsk. Wir haben hier 4x2, 135 Millimeter Geschütze, wir haben HE und SAP, die SAP ist 3050 Alpha, die HE 1950 mit 9% Brandwahrscheinlichkeit, die SAP hat eine Pen von 38 Millimeter, die HE von 23 Millimeter. Wir kommen hier auf 875 Meter pro Sekunde, wir haben eine relativ gute Streuung von 79 Metern. Gut, das hängt mit der Reichweite zusammen, die ich euch dann später nennen werde. Ein Sigma von 2.0. Wir haben Torpedos. Torpedos nicht wie wir sie von der Paolo Emilio kennen, also die sind nur 6 Kilometer, sondern von der Leone und hier auf Stufe 10 sind sie 13,5 Kilometer. Sie übertreffen leicht den Alpha der deutschen Volkstorpedos von 13.700, nämlich 13.900. Aber der Speed ist unterirdisch. Wie gesagt, kennen wir von der Leone 56 Knoten, auch von den italienischen Kreuzern. Und wenn ihr damit viel trefft auf große Distanz, dann werdet ihr hier keine Probleme haben. Die Nachladezeit ist 90 Sekunden. Die Anttiere ist vorhanden, aber relativ uninteressant. Wir haben noch einen Wendekreisrad von 770 Metern, was durchaus Kreuzerniveau ist, oder kleiner Kreuzerniveau auf der Stufe. Aber auch schon, die Idee ist besser als seine Kabarovsk. Eine Ruderstellzeit von 5,7 Sekunden. Und jetzt kommen wir zu den diskutablen Vor- und Nachteilen. Wie ihr gemerkt habt, habe ich ein paar von den Werten ausgelassen, um sie hier für mich persönlich zu werten. Wir haben, und das ist auf der Plus- und auf der Haben-Seite, wir haben die SAP. Wir haben 5 Sekunden Nachladezeit für beide. Das ist gar nicht schlecht, denn wie ihr wisst, das sind 4 mal 235 auf 5 Sekunden. Der DPM sollte relativ hoch sein. Wir haben die 13,5 Kilometer Reichweite der Torpedos. Ja. Wir haben eine Geschwindigkeit von 41 Knoten, was mit Plus-5-Prozent-Flagge auf 43,5 Knoten aufgestockt werden kann, was schon sehr, sehr schnell ist. Das sind wir aber so gewohnt, auch von der Paolo Emilio. Und das ist ein geiles Gadget, wobei wir das bei der Paolo Emilio ein bisschen anders nutzen, als wir es hier nutzen werden. Wir haben in Slot 3, wie vorher schon angesprochen, Ab Stufe 8, den Emergency Engine Power Slot mit 25 Sekunden Dauer für plus 25 Prozent Speed. Das ist aber 160 Sekunden Nachladezeit, 6 Aufladungen. Für heute bekommen wir über 50 Knoten. Glück über 50 Knoten, 55 Knoten. Das ist brutal. Das ist brutal. Das braucht es aber auch, denn jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Wir haben nur 8,5 Kilometer Stockfeuerreichweite. Bäm. Dass die Torpedos hier 56 Knoten nur schnell sind, das ist klar, damit trifft man relativ wenig, aber der Gegner hat dann den Nachteil, dass er die Möglichkeit eines Torpedo-Abwurfs schon wieder vergessen hat, also vom Gegner, also von uns, und dann schlagen sie irgendwann ein, weil die Torpedos zu langsam sind. Der Vorteil ist auch, dass man auf viel, viel weiter entfernte Gegner torpedieren kann, wenn sie einem entgegenkommen, weil die Torpedos so lange unterwegs sind, dass der Feind wahrscheinlich 8 Kilometer zurücklegen kann, bevor die überhaupt nur in der Nähe sind, wenn man sie auf Max-Range abwirft. Also, dann können sie ruhig auf 16 Kilometer abwerfen, auch wenn sie nur 13,5 Kilometer Reichweite haben. Wahrscheinlich sogar auf 17 Kilometer. Hört sich brutal an, ist aber lächerlicherweise so. Ja, die Aufdeckungsreichweite zur See ist brutale 9,2 Kilometer. Das bedeutet, minus 20 Prozent, dann kommen wir auf 7, schiess mich tot. Das ist natürlich für eine Idee relativ beschissen. Und wir haben einen Exhaust-Smoke-Generator, der normalerweise für die Paolo Emilio ideal ist, weil wir 6 Kilometer Torpedos haben und damit ranfahren wollen und in einer, das ist übrigens ja Spitzname, YOLO-Aktion, die YOLO Emilio, den Gegnerischen, was auch immer, raustorben wollen und auch können. Und deswegen super praktikabel. Hier haben wir aber längere Torpedos, aber weniger Reichweite bei der Hauptartillerie. Und die schränkt uns dann doch sehr ein, denn wir haben natürlich eine Aufdeckungsreichweite bei Feuern im Smoke ebenfalls. Und die ist 3,7 Kilometer. Sprich, wir können gar nicht so nah ran, wie wir es vielleicht brauchen. Und wir haben keine Hydro, um den Gegnerischen DD dann doch im Nahkampf zu Ambushen, heisst es im Englischen, zu konfrontieren, nenne ich es im Deutschen, ohne dass wir selbst das Problem haben, dass wir unter massiven Beschuss kommen, weil natürlich meistens wird der Gegnerische DD auch gedeckt. 8,5 Kilometer Reichweite der Hauptartillerie ist übrigens mit der plus 20% Möglichkeit der Verlängerung der Hauptartillerie bei den Kapitänskills und dem plus 16% des Moduls, also plus 36% auf ungefähr 12 Kilometer. Und damit sollen wir dann den Schaden machen. Wargaming mischt hier meiner Meinung nach, und jetzt kommen wir so ins leichte Talk-Format, wenn es bisher schon nicht erreicht worden ist, verschiedene Intentionen, die sie einmal mit der Paolo Emilio und einmal mit der Leone getestet haben. Ihr wisst, die Leone ist nicht so wie die Paolo Emilio ein reich, also ein leichter Kreuzer, sondern ein wirklicher DD, könnte man sagen, mit besserem Concealment. Die Leone ist eigentlich der Vater hier im Spiel von den langen, langsamen Torpedos. Die Paolo Emilio ist der Vater der Linie hier für den schnellen DD-Stil und der SAP. Und Wargaming mischt die beiden Dinge zusammen auf eine ganz kuriose Art und Weise. Aber wie könnte man, und das ist natürlich immer alles wirklich im Progress, das bedeutet, die Werte werden hier höchstwahrscheinlich auch ein bisschen überarbeitet werden. Viele können sich nämlich nicht vorstellen, hier mit so einem DD-Q-Leichtenkreuzer überhaupt Schaden zu machen. Wo man sagen, hier können wir noch von einem Leichtenkreuzer sprechen, wenn wir dann weiter runtergehen, in den niederen Stufen, dann ist es nicht so. Natürlich verringert sich auch da die Aufdeckungsreichweite und natürlich verringert sich auch da die Torpedoreichweite. Ebenso wie Alpha-Hai, Alpha-A, SAP und auch die Reichweite der Hauptartillerie und die Anzahl und das Kaliber. Also wir gehen in allen Werten weiter nach unten, was es generell ein bisschen schwierig macht, hier damit zu arbeiten. Aber wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, offen, schnell, fahrend, auf zwölf Kilometer mit SAP Schaden zu machen, auf Kreuzer, auf DDS, theoretisch sogar auf Schlachtschiffe und dann wieder abhauen. Das ist eine Möglichkeit, denn das Ding wird natürlich mit über 50 Knoten extrem schwierig getroffen. Zwölf Kilometer ist eine Distanz, wo es durchaus möglich ist, dass man getroffen wird. Und deswegen haben wir auch relativ viel Trefferpunkte mit 26.000. Das bedeutet, wir kommen auf über 30.000 dann hoch schlussendlich, wenn uns Wargaming einen super tollen Kapitän mit plus 400 spendiert. Ansonsten können wir mit dem plus 350 selbst zum Ausrechnen, wie viel haben wir? 26.300, wenn es mich nicht ganz täuscht. Ihr seht das nämlich immer im Hintergrund. Bei mir ist das nicht da, das sind alles Werte aus dem Kopf. 26.800, dann kommen wir auf jeden Fall auf über 30.000, je nachdem, was für einen Kapitän wir dann bekommen. Nichtsdestotrotz haben wir hier auf Stufe 10, und das ist wichtig, auch die Möglichkeit, Inseln zu nutzen, denn mit 875 Meter pro Sekunde, die Granaten sind nicht besonders schnell, kann man gut darüber schießen und dann in einer verteidigenden Position auch diesen Bonus nutzen. Das ist leider nicht bei allen Schiffen so gegeben, denn ab Stufe 8 haben wir, also wenn wir von oben nach unten gehen, 950 Meter pro Sekunde und das zieht sich dann ziemlich weit nach unten und mit ziemlich weit meine ich eigentlich dahin, wo es noch interessant ist, bis nach Stufe 6. Bei Stufe 4 haben wir 840 Meter pro Sekunde, dann sind wir wieder bei der Maestrale, da sieht man auch, es wurden andere Türme verwendet auf Stufe 8 und eine andere Granate höchstwahl, ja nur gedrungen, würde ich mal behaupten, weil ein anderes Kaliber, da haben wir auch noch die gleichen 120er. Ja, ihr seht, was ich meine. Das bedeutet, dieses Schiff wird durchaus seinen Einsatzzweck finden oder seine Einsatzmöglichkeit finden. Der Einsatzzweck ist umstritten, finde ich, denn wofür brauche ich einen italienischen DD für eine Aufgabe, die so speziell sein muss? Und da stelle ich mir immer die Frage, kann die nicht auch von einem Kreuzer erledigt werden oder kann die nicht von einem anderen DD neben weiteren, wichtigeren Aufgaben erledigt werden? Den sind wir ehrlich, Cappen wird mit diesem DD höchstwahrscheinlich niemand, außer man versucht ranzufahren mit Smug und dann wird von einem Kollegen geradert und damit kann man dann mit SAP den gegnerischen DD rausnehmen. Aber gut, das kann ich mit einem anderen DD auch machen, auch ohne SAP-Munition. Bei weitem, mit besserem Aufdeckungsreichweite, stärkeren Torpedos, mit besserer Einsatzmöglichkeit. Aber wie schon erwähnt, Wargaming wird eine Nische schaffen für eine Nischenklasse. So war es doch schon immer. Ich frage euch jetzt, was haltet ihr von den italienischen Zerstörern? Zerstörern? Bin ich ein bisschen zu optimistisch? Bin ich ein bisschen zu negativ und zu engstirnig, was die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten, die diese Zerstörer hier betrifft und die Einsatzmöglichkeiten? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich sage euch eins. Ich glaube durchaus, dass italienischen Zerstörer die Möglichkeit haben, ins Spiel zu passen. Definitiv. Definitiv. Aber wenn ich Wargaming wäre, würde ich plus einen Kilometer Hauptartillerie Reichweite die Stufe 8 machen. Die unteren Stufen sind relativ, die werden selten gefahren dann von den Leuten, die viel spielen. Aber ab Stufe 8 8,5 Kilometer ist ein bisschen zu wenig. Es bräuchte eigentlich 9,5, Stufe 9, Stufe 10 und Stufe 8 dann mit 8,1. Damit man die Dinge naja, ich will nicht sagen kompetitiv, aber angenehmer spielen kann. Bei 12 Kilometer und ein bisschen ist zu wenig. 13 Kilometer und ein bisschen ist eine angenehme Reichweite für SAP. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Mehr ist natürlich immer besser, aber ab 8,75 Meter pro Sekunde müssen wir uns nichts voll machen. Die Granaten sind lange unterwegs. Schnelle Dinge trifft man da sowieso nicht. Zerstörer kann man auf maximale Reichweite vergessen. Kreuzert natürlich noch eher und Schlachtschiffe abfahren kann jedes andere Schiff auch. Die Brandwahrscheinlichkeit werden wir uns dennoch zunutze machen, um genau das zu tun und der Rest wird mit SAP beharkt. Dementsprechend vielleicht eine Änderung ein bisschen schrauben, aber sie kommen in den Test und wir werden sehen, ob sie überhaupt dieses Konzept behalten wenn wir sie wonder ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020